Der Typ hier neben mir hat das krasseste Elbtrauma ever. Ich hoffe, dass mein Trauma heute besiegt wird. Heute ist gut auf jeden Fall. Wenn wir ihn finden, der tockt auch drauf. Fisch hat immer das letzte Wort. Da kannst du angeln, wie du willst. Der Kopf angelt mit. Also Körperführung direkt. Fisch! Jawoll! Bumm! Das ist so unglaublich! Ich kann ihn nicht liegen lassen. Kann er nicht. Ich habe wirklich einen Fisch bekommen. Das ist krass. Da ist er wie Elbe, Brownie. Ah, das gute Stück. Wie ist das mit deinem Trauma? Erzähl mal, heute brechen wir das. Erst mal Long Time No Sea. Elbe und ich. Aber ich glaube, ich war sechs, sieben Mal. Und von den sechs, sieben Mal habe ich, glaube ich, ein oder zwei Zammler gefangen. Heute ist gut auf jeden Fall. Wenn wir ihn finden, der tockt auch drauf. Und jetzt müssen wir den Elbtrauma mal beenden, endlich. Andere Angler waren auch schon da, wie man hier sieht. Die Spuren. Also wir angeln da, wo alle anderen auch angeln. Das ist jetzt nichts Besonderes. Der Typ hier neben mir hat das krasseste Elbtrauma ever. Er war schon ein paar Mal los mit mir und irgendwie hat es nie so richtig geklappt, abgerissen. Da hat er einmal einen guten drauf gehabt. Da hat der Einhänger offen oder irgendwas. Er sagt, mit dem Fluss wird er irgendwie nicht warm. Kann ich nicht stehen lassen. Deswegen, ich habe das für ihn vorbereitet. Das werdet ihr jetzt sehen. Und es gibt neue Produkte in der Musterversion, die mal zu sehen sein werden. Also wird eine spannende Folge hoffentlich. Wetter ist geil. Und jetzt dürfen wir endlich angeln. Max hat das Angeln freigegeben. Ich hoffe, dass mein Trauma heute besiegt wird. Ich habe da was gebastelt. Schraubkopfmontage. Und da mache ich einen schönen Pinky ran jetzt. Übrigens das ganze Teckel. Auch so eine Fertigmontage gibt es bald. Der Zeckfisching im Onlineshop. Die Köder und alles. Oder bei deinem Zeckhändler des Vertrauens. So sieht es aus. Und das Geniale daran ist. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Zu der Montage hat er mal hier verlinkt. Ist, dass der jetzt einfach nicht mehr locker werden kann hier vorne. Absolut genial. Wenn es der eine oder andere denkt. Boah, da kriegst du ja Hänger ohne Ende in der Steinpackung. Falsch. Weil nicht der Haken in der Packung hängt. Sondern immer nur das von der Kopf. Und da ist dann egal, ob ich jetzt einen Jig habe. Klassisch Jig oder das. Kein Unterschied gemerkt. Wirklich. Ich habe auch erst gedacht. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Hänger. Aber ist nicht so. Jetzt schicke ich den da unten rein. Du siehst aus wie ein Ninja Turtle mit einem Kescher hinten auf dem Rücken. Wie Donatello. Geil, ne? Stark. Die Schäppkelle. Die ist auch so leicht. Mit so einem Gurt kommt noch ein dickeres Band dran. Aber das ist cool. Merkst du gar nicht. Kannst du frei laufen. Der Ding ist sowieso scharf. Weil. Hat nimmer. Schön leicht. Ja. Super. Der wird dir auf jeden Fall nicht lästig. Das über. Und es ist kein Big Fish Kescher. Du kannst nicht einen Kescher haben für alle Eventualitäten. Das ist einer für mittlere Zander. Und vor allen Dingen beim Woppeln geil nachts, dass du oder generell, dass die Drillinge nicht dauernd festhängen und sich da Fisch nicht einwickeln kann oder irgendwas. Dann hast du immer. Quasi der perfekte Kompromiss, ne? Perfekt das Ding. Und so muss eine Kelle auch sein. Schön oval. So für einen 80er kannst du auch kechern. Und als was größer ist, kannst du auch reinkriegen. Aber den nehm ich dann mit der Hand. Ab 90 wird haponiert. Die Banane, die isst du mal schön auf. Obwohl das ja nur im Boot immer so ein Fluch ist, ne? Hab ich gehört? Glaub ich eh nicht dran. Endlich. Finally. Kamera Maxe gibt das Angeln frei. Wir sind schon eine halbe Stunde hier. Aber ihr seht ja schon. Ton, Tonfrequenzen, angesteckt welche Richtung. Dieser Ton auch gut. Die GoPro müssen wir noch einschalten. Sie ist aber noch gar nicht gemacht. Alles das. Schon zweimal durchgeschwitzt. Also normalerweise, wenn wir jetzt ohne Film drehen hier wären, hätten wir schon die drei Buhen durchgeangelt und die Fische schon raus. Also, dass ihr das mal mitkriegt, was so eine Produktion auch an Zeit, an Angelzeit frisst. Aber, jetzt. Finally. Let's go. Erste Schlenzer. Mal schön den Genickdrilling hier reinschicken. Boah, die Rute ist ultra brutal. Alter. Okay, ich brauche keinen Finger mehr in der Schnur. Nie wieder. Alter, ist das krass. Über was rede ich hier? Das ist eine Musterrute der Premium Wumme. Alter Schwede. Also, das Ding ist eine Ansage. Vor allen Dingen ist die extrem schnell und steif in der Spitze, so wie es braucht. Im Antritt. Also Köderführung direkt und so. Fisch. Jawoll. Und alles. Dann sind wir schön an. Warte mal, den Catcher ist hier weg. Ja, Braun, Elbfluch, ne? Der ist doch weg. Der ist agil. Boah. Jawoll. Er ist der Wurf. Er ist der Wurf. Das gibt es ja gar nicht. So schnell kann man den Elbfluch besiegen. Nehmen wir den Catcher, bitte. Ja. Ich muss das mal rauskurbeln. Hab ich hier doch schön rausgesucht. Hab ich doch schön gefangen, oder? Ja. Wir haben das beide schön gemacht. Das haben wir richtig gut zusammen gemacht. Geil, Alter. Geil, geil. Also wirklich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zeige mal, Zeugnis. Mit dem ersten Wurf. Und dann gleich so ein wirklich Fuderfisch. Schönes Ding. Schönes Ding. Also mega. Wirklich. Der erste Wurf und dann gleich der erste Zander. Damit habe ich uns wirklich nicht gerechnet. Ich mach mal ein Foto. Ich bin zufrieden. Also wenn es heute so weitergeht. Geil. Boom. Schnell Fotos. Das geht bei uns ganz flott. Schön. Der geht gleich zurück. Jawoll. Geil, Alter. Ja. Super. Erster Wurf, Junge. So, Elbfluch weg, oder? Kann man so sagen. Also besser hätte man jetzt nicht besiegen können den Elbfluch. Weil viele immer denken, ja, die nicht hier geangelt haben bis jetzt. Die denken immer, naja, wenn ich an der Elbe angeln würde, würde ich auch so viel fangen. Ne. Ist Bullshit. Ist Bullshit. Es ist wirklich anspruchsvoll und manchmal musst du echt ackern, ewig ackern für so einen Fisch. Ja. Und manchmal fängst du noch beim ersten Wurf. Aber frühe Pflaumen sind madig. Das haben wir oft gelernt. Wenn du beim ersten Wurf gleich einen fängst, ist es meistens so, dass der restliche Tag dann nicht, oh, heute läuft es richtig. Sondern, uff, was war denn das jetzt? Warum kam da nichts mehr? Also, wir müssen immer ein bisschen demütig immer noch uns verhalten und hoffen, dass wir noch einen kriegen. Ich bin froh, dass ich den ersten hatte, weil sonst immer so, dass er immer den ersten Fisch hat. Da warst du, was meinst du, eigentlich können wir weiter, oder? Ja, ist eigentlich abgefrühstückt und das war auch hier der beste Platz auf der Strecke. Der hat jetzt einen geliefert. Also der Grund, wieso wir genau hier geparkt haben und hergefahren sind, hergelaufen sind, der hat sich auch gefüllt. Quasi, wir haben den Fisch. Natürlich können wir hier weiter ausangeln, aber lass uns mal ein bisschen was noch kennenlernen. Und wir angeln uns ein bisschen hoch und runter und stören noch einen auf und dann wechseln wir nochmal die Strecke. Und wir kommen ja sowieso wieder zurück, oder? Ja, wir können die dann nochmal, vielleicht liegt auch ein neuer drin. Aber ich habe noch mehr für dich vorbereitet. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit dir. Aber hier ist es dann mit Hängern gefährlicher, weil du mit der Strömung auf dich zu angelst. Aber das kennst du ja schon. Hänger kann ich ja, das kenne ich. Es sind übrigens nicht mehr Steine oder Geröll auf der Prallseite, sondern einfach nur der Winkel ist anders, weil der Schnurbauch auf dich zugedrückt wird und der Köder deswegen anders startet. So sieht das dann aus, wenn man so ein Muster kriegt. Da steht noch gar nichts drauf. Das ist also die Route 1, wenn sie dann so kommt, wie sie kommen. Aber bis jetzt muss ich sagen, wow. Einfach wow, was möglich ist, Alter. Aktuell so. Die wiegt ja auch gar nichts. Kann ich auf den Finger legen. Der Köder hängt übrigens in der Luft. Deswegen habe ich hier den Schwerpunkt gerade. Aber ey, es ist absolut krass, wie leicht dieses Ding ist. Wenn wir einen finden, nagel da drauf. Also machen wir heute Run and Gun. Weiter geht's. Die ist ein bisschen flacher, zumindest innen. Aber wir müssen ja nicht tief angeln jetzt aktuell. Fisch. Geil. Oh, hat die einen Antritt, ey. Wahnsinn. Schöpkelle, hast du? Zwischene Beine. Ist ein kleiner. Ist ein kleiner und der Genickdrilling geht auch im Fluss. Ich sag dir mal, wenn wir einen aufstöbern, ist der drauf. Sauber. Yes. Sauber Donatello. Heute haben sie Bock. Heute haben sie Bock. Das ist so. Da sitzt er. Der Genickdrilling. Bald auch als Fertigmontage. Für alle, die nicht so bauen wollen. Geil. Das ist wirklich eine effiziente Sache. Da kommt er nicht mehr los. Gelöst. Und da verletzt die Fische weniger. Also ich hau da die Augen nicht raus oder irgendwas. Manchmal bei kleinen Zandern. Wirklich gut. Ist aber schnell zurück. Jetzt riechen auch meine Hände nach Zander, Brauni. Der Geruch des Erfolgs. Wenn der Tag so losgeht, herrlich. Geht. Beißen gerade. Schön Stromwurf. Also der Hämelwurf nennen den manche sogar. Reingreifen. Boah. Na. Unten. 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 So hast du doch auch deinen 90er gefangen in der Profiliga gegen Dietmar Isaias. Fast. Mit so einem Wurf? War das nicht so? Aufs Dreieck gefischt. Den Stromwurf habe ich da nicht gemacht. Aber mit dem Fische ich halt quasi vom Hauptstrom aus in die Stromkante rein. Und nicht an der Stromkante entlang. Weil du kommst mit dem Köder sonst nie dort vorne hin wo es weh tut. Ja. Aber da musst du halt hohe Konzentration haben und das musst du beherrschen. Ja. Und jede Buhne ist auch anders. Also das musst du erstmal checken. Wichtig ist mitgehen. Den lassen eigentlich alle liegen. Aber der frustriert auch viele. Wenn du damit anfängst. Du reißt so viel Zeug ab, dass dich das wahrscheinlich frustriert. Bis du so den richtigen Winkel dafür hast. Je nachdem wie breit die Buhne auch läuft unten und so. Das geht auch nicht auf jeder aber auf den meisten. Ja. Fisch. Was ist denn das? Kein Zander wahrscheinlich. Was quer gehackt oder so. Es kann sein, dass da irgendwas ist. Das ist ein Aal. Oder was ganz komisch gehackt. Kann man zum Kescher unterstützen? Ne ist ein Zander. Da war hinterher aber hat ihn nicht. Ja. Ah. Ja. Krass Mann. Aus dem Strom. Hat sich rumgedreht oder was und hat ihn überschoben und der Drilling hat ihn gegriffen. Dann guck das an. Direkt am Arft. Ja. Den hab ich am Arsch. Den hast du am Arsch. Aber die Fische sind da Mann. Ist das geil. Ja Mann. Ganz komisch. Krass. Wieder mit dem Stromwurf. Boah der ist richtig sauer. Und am Anfang, ich dachte das wäre ein Ast oder irgendwas. Und der hat es so komisch. Ja wie ein Aal oder das. Der war auf jeden Fall hinterher. Hat sich übergeschoben. Aber nicht genommen. Okay. Nicht jeder beißt. Ich lass ihn mal schnell wieder laufen. Der ist jetzt nicht wirklich regulär aber ein schöner. Oder so halb regulär kann man sagen. Bei der Wärmehäule, da muss man schnell sein damit. Ey. Der war hinterher. Und? Als ich ihn angenagelt hatte. Da kam erstmal mit wie als wenn ich einen Ast dran habe. Also der hat gar nichts gemacht. Bestimmt zwei Meter oder habe ich ihn hochgezogen. Ohne dass er sich bewegt hat. Das heißt der war passiv. Wie sich so verhalten. Da siehst du es mal Alter. Macht ihm gar nichts. Als wenn du den wegziehst bewegt er sich nicht manchmal. Zander halt. Man kennt es. Ich hab dich lieb. Jetzt nicht. Ich bin konzentriert. Ich bin konzentriert. Siehst du die ganzen Fußspuren hier? Ja. Alles Angler. Es ist immer witzig, dass in YouTube Filmen auch oft Leute versuchen rauszufinden, wo ich hier genau angel. Überall. Also Last ist einfach. Das kann ich so bestätigen. Das stimmt. Immer woanders. Also du hast nicht deine festen Stellen oder so. Nee. Gar nicht. Boah hier ist eine richtig krasse Steinplaton. Das krieg ich weit raus. Also hier reißt du ab, wenn du dich vorne an den Kopf stellst. Das sieht man auch schon hier. Aber in die Rückströmung. Siehst du die Wirbel? Ja. Ich hab mal einen von drüben weggefangen. Hab ich von der Prallseite aus einen langen Wurf hier rauf gemacht. Und jetzt seh ich von hier aus auch warum. Ich geh da mal rauf. Ich mach das. Ja mach den mal hier alleine. Ich lass dich mal hier vorne kurz. Aber geh mal trotzdem mal außen an dem Strom ran. Da. Na gut. Das ist Takeshis Castle hier. Ich komm bis zur Burg. Schön hier reingreifen. Gefährliche Ecke hier. Fisch. Yes. Geil. Das muss ich bisschen balancieren. Eingeschöpft. Jawoll. Risky Move war das hier vorne auf dem Steinfeld. Aber ich wusste doch da liegt einer. Du sagst original eine Minute eher sagst du. Da hast du schon einen gefangen. Du weißt ganz genau wo du hinwerfen musst. Und da ist der Fisch. Das gibt's ja gar nicht. Jawoll. Schön auf dem Genick Drilling. Ich gehört aus abgefallen ist im Kescher oft so. Durch die harten Maschen. Ist er nicht schön? Herrlich. Schön, wa? Das ist also super. Gerade drüber gesprochen und dann funktioniert es auch gleich. Mit Ansage. Ich muss ja auf das Riff rauf um davon ran zu kommen. Pflückt er sich ja weg. Schön. Ich liebe es, weil dein Plan funktioniert. Jetzt sind wir warm geangelt. Herrlich. Hätte der gebockt unten drin. Aber die Rude ist echt fies. Die gehört eigentlich verboten. Jetzt schon. Ob wir die bringen sollen. Und das Ding sitzt. Hier sieht man ja auch. Wenn er einmal ausgelöst hat hier. Und ich brauche nicht kleben oder nachjustieren. Mein Gummi bleibt immer haltbar. Ich wusste ja auch echt nicht wo ich mit ihr hinfahren soll. Weil ich habe so viele verschiedene Abschnitte. Und die erste Buhne habe ich halt quasi schon gesehen. Ich sage komm, da auf der Innenbahn rein. Da liegt immer irgendwie einer drin oder was. Aber da war ich auch schon ein Jahr nicht mehr. Ich habe das einmal befischt, den Platz mir aber gemerkt. Ich kenne ja so viele Strecken und Abschnitte in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg, Niedersachsen. Und überall habe ich irgendwas abgespeichert, wo was geil war und so. Entdeckst ja überall Zeug und alles. Ja. Und recht hast du auch wieder behalten, ne? Ja, die müssen schon mitspielen, die Fische. Der Fisch hat immer das letzte Wort. Da kannst du angeln, wie du willst. Der Vater. Der Vater, der Papa. Kennst du das nicht? Das war mir lustig. Ja, siehste. Und irgendwie schwert euch über mein Gehirn. In Brandenburg, in Brandenburg sind wieder zwei Eierköppe durch die Buhen gegorkt. Immer positive Einstellungen haben, dann fängst du auch Fische. Der Kopf angelt mit. Bist du jetzt ein bisschen positiver mit der Elbe? Im Einklang? Ja, na klar. Aber der zweite und der dritte, der muss auch noch kommen. Da habe ich schon den eigenen Anspruch. Happy bin ich schon auf jeden Fall. Erster Gruff, das war schon geil. Maxe, doppelt der sogar. Maxe sammelt nämlich Federn für seinen Indianerschmuck. Bald ist wieder Fasching. Ich wundere, ich sehe aus wie ein Biduine. Wegen der Sonne. Das drückt schon ordentlich auf die Nasenspitze. Vor allen Dingen zwar eingecremt, aber auch die Ohren hier. Nach so einem Tag bist du da ganz schön ausgeballert. Ne. Will ich gar nicht eigentlich. Ich habe so einen Kumpel, wir waren mit Bassi zusammen an der Ode oder auch an der Elbe. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und der hatte sich halt der Sonnencreme verweigert und hatte wirklich, glaube ich, nach drei Stunden solch rote Ohren, da musste ich gerade denken, als Basti gesagt hat, dass ausgeballert ist. Weil seine Ohren waren auf jeden Fall auch ausgeballert. So ein kleiner Running Gag. Also ich muss da jedes Mal an ihn denken. Grüß an Michi. Das ist so ein geiler Platz hier. Innen die Sandbank. Flach. Und dann hast du hier das Eck vom Bodenkopf, was halt stark strömt und tief ist. Ey. Boah. Wären wir nur zur geilen Beißphase hier, dann wird man auf alle Fälle hier einen draufkriegen. Die Elbe gibt, die Elbe nimmt. Die Zandergummis, hier die Hakensysteme, Schraubköpfe, auch die Zanderhaken. Alles unter dem Video verlinkt. Die Rute noch nicht. Da basteln wir dran, aber das ist giftig. Die macht was her. Aber die Zanderwumme, die Standard, die gibt es da auch. Alles unten drunter verlinkt. Fehlt auch bei Zergfishing oder bei eurem Fachhändler. Das tut gut, mal hier im Schatten abzuchillen, ey. Tja, auf jeden Fall. Also jetzt ballert es richtig. Bist du denn zufrieden bisher? Voll. Also für die Zeit, die wir geangelt haben vormittags? Ja. Also das ist ein sehr guter Schnitt für den Fluss. Viele denken immer, die, die hier nicht angeln, da fängt ja jeder oder fängt so viele Zander. Das ist aber gar nicht so. Du musst jetzt schon die Fische gut erarbeiten. Und so ein bis drei Kontakte zum Zander pro Angeltag sind so der Schnitt. Und ich glaube, heute haben wir einen Tag, wo wir auch mehr fangen können. Brownie? Ja? Du willst nichts. Ja, nichts. Süß. Es ist noch Kälber dabei. Ja. Ich bin froh, dass ein Zaun inzwischen ist. Richtig. Ich sage, ich gehe jetzt ins Wasser. Ich halte das nicht mehr aus, ehrlich nicht mehr. Einmal anwarten in der Elbe. Time is now. Genau. Ich hatte im ersten Wurf gleich den Biss und den Fisch und seitdem gar nichts mehr. Aber wie Basti mir zu sagen pflegt, frühe Pflaumen sind madig. Da hat er wohl recht. Aber wir sind trotzdem happy. Bestes Wetter. Ein paar Fische haben wir schon. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das ist was Angehaktes. Boah, die Rute drillt sich so geil, ey. Kann man bei so einer Brasse mal richtig halt einen Anschlag pumpen. Brassenalarm oder was? Ja. Außer Bresen ist es nicht gewesen. Aber gut, ich konnte die Rute mal schön pumpen. Also Antritt mega und Drillkurve auch was ganz anderes. Weil die Rute nämlich anderen Kohlefaser hat. Auch dünner ist. Deswegen hat die die gleiche harte Spitze, wie ich sie brauche. Und die gleiche Durchschlagskraft. Aber im Drill ist das eine ganz andere Geschichte. Also diese Premium Rute Heidi Witzka. Der Vormittag lief echt gut. Der Nachmittag weniger. Gar nicht. Also mäßig bis gar nicht. Das macht uns aber nicht nervös, das ist normal. Die beißen nicht immer den ganzen Tag gleich gut. Wir könnten uns die Abenddämmerung noch geben und dann noch wobbeln oder was. Aber wir sind gar. Wir haben gefangen. Wir sind zufrieden. Frühe Pflaume leider madig gewesen. Es hat sich mal wieder bewahrheitet. Aber ich habe nicht geschneidert. Ich habe meine Biss verwertet. Es war ein guter Fisch. Ich bin zufrieden. Darum geht's. Und geiler Tag mit euch beiden wieder hier. Perfekt. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend mit kühlen Getränken. Was lecker zu essen. Genießen unsere Fänge. Und erzwingen das jetzt nicht noch. Dass wir nachher noch irgendwo ihn rausärgern. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Köder. Tackle. Alles unter dem Video verlinkt. Auch der Link zu zandercoaching.de Wo ich mit Anglern wirklich intensiv zusammenarbeite. An ihren Gewässern. Und auch hier gerne an der Elbe. Da habe ich auch immer wieder Leute. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es zuckt. Zurückzucken. Und vielleicht bin ich beim nächsten Mal auch wieder dabei. Kann sein. Wollt ihr den noch mal sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es rein. Schreibt es doch rein Mensch. Ich habe gerade noch mal reingeschlänzt. Als wir hier zusammenpacken. Ja. Das gibt es ja gar nichts. Erst muss man meckern. Dass nichts geht. Nachmittags. Und dann BOOM. Das ist so unglaublich. Oder so. Scheiß drauf. Der hat er aber nicht live. Er muss dazu noch sagen. Ich habe hier den Prallhang. Eine Viertelstunde befischt. Ordentlich abgefächert. Basti macht den allerersten Wurf. Weil er mir nicht glaubt. Ich kann nicht liegen lassen. Kann er nicht. Er muss ihn. Und er hat wirklich den Fisch bekommen. Das ist krass. Na ja. Kurz vor dem Abendessen abpfiff. BOOM. Ein Ding. Ja. So ist das manchmal. Es ist nie abgefischt. Das ist so. Das Spiel geht manchmal auch 100 Minuten. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ein bisschen. An den Morgen nochmal. Deswegen. Aber für eine andere Sache. Seht ihr dann auch später auf dem Kanal. Deswegen nehme ich den jetzt nicht mit. Weil der morgen im Auto umkommt. Aber morgen. Die in der Größe. Den nehme ich dann für die Küche mit. Max auch. Also. Macht's gut. Oder? Dad. Drei. Das könnt ihr euch nicht mit. Halt. Vielen Dank.